Wie man sieht, wir haben auch schon eine Gilde gegründet, Chaotentwinken. Genau. Letzte Woche noch schnell direkt am Livestream gemacht. Hm, genau. Richtig, schön, wunderbar. Wie sieht das aus mit den Taschen? Sind die Taschen endlich mal da, wo sie reingehören? Äh, nein sind sie nicht. Nein. Da müsst ihr euch noch ganz kurz gedulden. Er hortet alles doch. Typisch. Ja, ja, ja. Und dann melde ich danach direkt den Dungeon Browser an. Wir haben nämlich vor, damit das geregelt und zügig läuft, dass wir halt Dungeons laufen. Ich meine, wir sind hier genug Leute. Irgendwie ist Yobi heute so rot. Ja, Yobi ist rot. Yobi hat Sonnenbrand. Guck mal, ey, Toma, die Füße schimmeln, siehst du das? Ich seh schon, ja, die Arme genauso. Also, der ist schon ein bisschen älter. Heute auch mit, klar, mit neuem Pättchen dabei. Mein Windreiter-Junges. Heute frisch eingetroffen. Ist er nicht süß? Ach, was niedlich. Ach, Mensch. Ist er süß. So, ich hab für jeden zwei Taschen auf der Bank. Ähm, du musst sie auf die Gildenbank legen, nicht auf deine eigene. Naja, das mein' ich doch, Mensch. Hanna hält mich für doof. Oder ergreifend sich die Leute. Nein. So, ich muss nur mal eben kurz die Aufnahme testen, aber worum es jetzt geht. Würde ich nie sagen. Okay, das kann ich hinterher zuschneiden, aber will ich das? Ja, muss ich da nur Aufnahme stoppen. So, die legt ihr an, dann lege ich auf die Bank. Habt ihr schon eure Taschen genommen? Ja. So, da kann ich die eine da reinlegen. Habe ich ein bisschen mehr Platz auf die Bank. Andere legen wir da rein. So, toll breitgezogen. Bin ich da wieder pleite. Ja, gerne. Ach, bei mir liegt's heute wieder ganz böse. Deswegen geht's auch bei mir mit dem Streamen heute nicht. Genau. Eigentlich sollte der Herr Jobia streamen, aber leider geht's nicht. So, Herr Zoverhock, wo sind... Wo seien Sie denn schon wieder? Ich steh vor der Tür und warte. Ich stell mich mal... Das ist mir... So, so. Die Tasche kann ich auch verkaufen. Ach, wenn ich bei OBS einfach einen Monitor einstelle, dann nimmt er meinen Monitor doch auf, ne? Also auch das Spiel. Ja, eigentlich. Ist nicht so einfach zu lesen. Das ist echt... Das ist schwierig. So, jetzt nochmal testen. Auf wenigst bin ich heute nicht der Einzige mit irgendwelchen Problemen, würde ich sagen. Bei mir ist einfach nur ein Platzproblem, wo wir festbleiben. Deswegen muss ich OBS benutzen. So, das ist zu Ende. Äh, Aufnahmestappen, ja, viele. Aber dann, ja, fällt er uns gerade an. Nein, die Skala machen. Ach so, ich muss das dann wieder ausführen. Oh, Battleground-Targets läuft noch. Oh Gott, das ist... Die VWP wollten wir ja eigentlich nicht machen. Ding, 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 ding. Oh, haben will, haben will, haben will. Oh, der ist so geil. Meinst du den Grünen, da? Ja. Oh, wie hat man den nochmal gekriegt? Äh, das war der... Welcher ist das? Der Teufelsfeuer. Boah, gute Frage. Nächste. Das ist jetzt mal eine richtig gute Frage. Jetzt geht's los, jetzt geht's echt los hier. Ja, gut, okay. Muss so bleiben, muss ich hinterher ändern. UBS löschen. Ach Gott. Ja, deinstallieren. Nein. Erdbeeren plus Banane, ist auch ne geilste Lüge. Aufnahmestaten und Video. Und hallo und herzlich willkommen. Ach Quatsch, ich mach ja eh einen Zusammenschnitt bis 100. Der sieht geil aus, Frostine. Alter, Falter. Oh, da ist ein grüner Vogel. So. Ich melde jetzt den Dungeon an. Sehr gut. Jawohl, dann tu das. Und ich... Mach ich. Und ich bin Tank und du bist Heal, wir sind gleich dran. Nein, Heal haben wir gar nicht. Ach so. Nee, aber geht auch ohne Heal. Nee, wir haben ja Heal. Auf dem Levelbereich geht alles. Ach, guck mal. Ach, ne. Ach doch. War ich schon lange nicht mehr. Haben sie bestimmt geändert. Ja, sicher haben sie es geändert. Hahaha. So. Du weißt, wenn ich da einfach reinstehe. Ach, da gibt es noch Quest. Alles klar. Erstmal Quest. Quest, 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 Quest. Hallo, Warwick. Hallo, Heiler. Hey. Sollten wir unseren Heiler vielleicht mal gespielt haben? Ähm, der Plauderei für heute. Hallo. Hallo, Heiler. Nein, hallo. Hallo, du. Ach, du bist doch... Ähm, ja, der Heiler hat auch schon gepult, Herr Frank. Oh, der Heilerpult. Ach, nice. Jetzt, was, was, wieso? Wieso ist der denn ein Scheiß? Nein. Er hat geträumt, sagt er. Kommt der. Was ist das, was ist das für ein Vogel hier? Tanaria, warum bist du ein Vogel? Bist viel zu groß. Ich brauche ein Ziel. Klicke dich mal persönlich an. Soll ich mich wieder kleiner machen, komm. Bitte. Ja, man sieht hier gar nichts. Komm, ich mach dich noch kleiner. Mach dich noch kleiner, ja. Komm, ich mach mich noch kleiner. Was, der ist schon tot? Die fallen hier einfach so um, wie die fliegen. Ja, die Elite brauchen dann doch schon ein bisschen länger. Nur, da kann ich wenigstens einmal drauf schließen. Oh, super, ich hab' geschossen. Äh, lass mich die so erstmal zusammensauen mit mir. Na komm, bring sie mit. Hilf dir. Oh, ich hab' den hier mal in, da. Ah, der hat ja schon wieder ein Level voll. Das gibt's ja nicht. War'n wir da denn? Wird beim Anlegen gebunden. Das bringt bestimmt 2000 Euro im Mark. Stimmt. Ich mach da jetzt auch noch mehr. Hier, weil, äh... Und du könntest mal weitergehen. Äh, ja. Heute laufen. Äh, äh... Äh, äh... Ich habe... Ach, ja, komm, mach sie fertig. Dabei. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Gibt's da noch was zu luten? Ach, da muss man lang. Ja. Wir nehmen direkt mit. Wollt's bei Milo wieder oder stehst du auf der Stelle, Kinzi? Was? Nein. Oh, okay. Dann noch zum Glück. Lecker nicht. Neun. Na, obwohl. Na ja, komm, komm, wann wir enden. Ähm. 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 Endlich. Rezept, so war... Streitkolben. Rezept, Streitkolben, kritischer Trefferwert, das ist mein. Naja, gut, ich darf draufhören. Schießt los oder zieht Leine. Was'n das, was? Können wir das Licht des Neuen uns euch leiten? Okay, was? Jetzt auch ne Neue kriegen. Stell abgeben, bevor der weiterwandert. Hö, toll, schnell abgeben ist gut. Moment, der Heiler hat gesagt, Moment. Ja. Äh. Ja. Ähm, wo geht's denn nochmal ran? Es dauert sowieso ne ganze Ecke, bis der da hochgelaufen ist. Ja, bei mir steht immer noch Quest beenden, obwohl ich schon meine Punkte habe. Ja, es dauert, bis der läuft. Jetzt kann ich sie annehmen. Ja, gut, ja, gut, ja. Ja, das dauert, bis der hoch... Ich kann schon mal hochgehen, Kinzi. Wisch. Was kommt hier denn in solchen Event, oder was? Nein, wer labert jetzt und dann kommt der hoch. Äh, okay, okay. Äh, okay, okay. Ja. Naja, ist so. Jetzt ist es aber, man wartet. Man wartet? Auf schönes Zeit, ey. Ja, das gehört sich so. Bisschen Anstand haben wir auch. Guck mal, wir haben ein Willhaus auch dabei. So. Oh, Troll mal, Mann. Troll. Äh, es gibt... Was? Ja, ich glaube, das dauert ein bisschen länger da. Kann ja sein, das Kind oder so ist, aber dann nehme ich es zu viel. Und vorm Boss machen wir halt. Ja, natürlich. Ne, also Boss nehmen wir auch keinen. Ja, nur Trash. Mach mal hier rechts in der Ecke die erst, bevor du nach vorne rennst. Ja. 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 Ja, 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 ja. Weg. Schau mal. Keine Energie! Keine Energie! Keine Energie! Seine Energie! Seine Energie! So kann ich! Da sind die kleinen, da rum, 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 oh! Deg! Ich hasse es! Deg! Der hat mich einen Schuss abgegeben! Schon geht der nicht. Mach den Schuden! Ja, da glitzerdieren muss. Da! Zwei Silber! Hey! Ohh! Ah, es gibt ja immer noch für die Klassen die jeweiligen Quest hier drin, ne? ja da wir ja in der stadt stehen wird die von uns wohl keiner machen ach so nehmen wir müssen ja glaube ich in die jeweilige stadt wo wir herkommen und das lohnt meistens schon gar nicht mehr aber die sehen cool aus die waffen das kannst du später auch noch mal alleine nachholen wenn ihr die unbedingt haben wird ja werde ich auch du ja gibt es ja auch den kleiderschrank und dann ist die e drin meinst du die waffen die du jetzt fix kommen wir auch ein erholt denn hier die pferde war es nicht ich brauche ein zähle ich schon immer hier das für die eigentlich denkt daran dass wir das machen wie immer dass ich das entzaubern kann ja aber vielleicht kommt der hila ja gleich noch wieder innerhalb der nächsten 30 sekunden dann kann das noch nehmen aber super dass meine heile dabei hat ja genau ja ja wir können weitergehen da kommt hier links rein bist du boss dauert noch ein bisschen dann lassen wir hier rein ich darf ja nicht vorausgehen dafür nicht vorausgehen ne der tank muss vor links links gehen sie was jetzt gehen sie ja jetzt kommen sie schon hier laufen jetzt musst du die gruppe hier mitnehmen ja ist wirklich also du bist ja ein tank ach komm sie denn noch eine lese ich bitte dich ich kann lieber die wichtigen hat's nur ab bis ich zuschicken kann ja dann schreit er aber wenn ich mehr fähigkeiten habe schreit er sowieso dieser zauber ist doch breit ich brauche allein schon zwei sekunden um zu casten ich würde erst die köche nehmen kitzel bevor du die kiste nimmst ich kenne mich in der jahr ich war hier früher nicht ich war früher mal nach oben gegangen diesen raum gab es gar nicht braucht mal was schönes drin nicht wirklich zu viele köche verderben den breit richtig dann müssen wir ihn mal aussaugen als kriegertank oder ich dachte früher mal spalten in der rotationer tanken wir haben alles geändert ach toll wir haben alles wieder von grund auf lernen ja da glitzert noch was du wirst ja auch keine kniesähne weg sind ja ja komm du machst jetzt AOE her stop stop da vorne ist der boss kommt zurück ja ist ja weit weg alles gut alter oder auch die vier in die 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 ja das problem ist du bist schon ziemlich nach vorne weil wir müssen ja alle vor uns einige von uns ich habe keine zu hier vorne sind ja auch noch mobs du kannst hier nicht einfach rein rennen ganz viele kleine hopseys pass auf eure tiere auf dass sie nicht zum boss bitte rennt so und wenn ihr das jetzt überlebt dann können wir auch sagen ja wozu tank wozu heal ja wir haben es überlegt die ist aber doch schon ganz schön lange weg ne ja ja wozu tank wozu heal ja das kann ja auch sein kind oder so ja gut warte mal ich kann nicht wieder blieben ja ja sobald du eine gilde bist ach praktisch aber auch nur dann dafür gibt es keinen massenfort mehr den haben sie weg genommen hm gleich ist der counter zu ende mit umheimlichen standlaterne dann ist es halbfähig ja dann hab ich passen hast du denn die quest angenommen kann ich mal draufschalten äh ja die quest hat sie angenommen ich bin schon fast dafür dass wir sie schon rausschmeißen weil mittlerweile wird es schön wie du wie du ich bin gegen es rausschmeißen schön wie du wie du weil es kann immer mal sein real life ist einfach wichtig und dafür müssen ja weiss ja was ist kann ja auch baby oder was sein das sind ja viele erwachsene aber ist halt doof ne jetzt solange hier ja genau deswegen dem boss hat sie die quest auf jeden fall sie wird angezeigt dann zählt das auch wenn der feld ja gut ähm musst du denn rechnen dass wir weitermachen ja aber sie kriegt die neue quest ja nicht ja die kriegst du ja eh aus oben ja hast du recht gehabt die kriegst du ja hier eh nicht die neue kriegst du da ist oben drei zwei eins da ist oben die neue oh und es leckt wieder ja das schön heute leck party bei jubi leck party leck ich kann sagen das kann man jetzt auch ich habe keine 1500 dp diese hat sie mitgezählt alter schwede schon wieder was für unseren tank meins ist ja nicht wahr mach trotzdem mit dir drauf na was für den tank der gibt keine quest wir müssen nach oben echt? na gut gehen wir nach oben würde mein handy stumm machen das ding die ganze zeit rum den mob herkennst du für rechts hinter uns bitte was den auch gedacht ja der läuft ja blut blut so blut hat jemand verbände und trank was du was zu essen gefunden auch kommt so ein ja die leute die ihre tasche mit stunden später feststellen so ich habe den quest das ist gar nicht ich habe tatsächlich nichts zu essen warum habe ich ein deutsch mit agi das nichts zu essen ach der wird beim anlegen gewonnen ich brauche eine ich kann ja natürlich man kann mit dem anderen nichts anfangen hier ist eine klinge da ist ein Blutwurst lecker mhm die Wüste war aber genau richtig zu haben ja ich habe auch schon mehr auf ich will mehr in Schleimann kriegt er weiß ich nicht weil es hat so viel leid wir haben dass das account gebunden wird ein bisschen mehr leben Dauert halt ein bisschen. Das reicht nicht mal. Ich muss doch eine essen. Ja, dann hau doch alle rein. Davor hab ich's dir gegeben. Ich hab auch mehr Blut, Wurst, oder eine Hose. Nicht heilen, aber es geht nicht. Ja, nee, das funktioniert, glaub ich. Ja, erste Hilfe, hab ich, glaub ich, hab ich erste Hilfe gelernt? Nein. Hab ich auch nicht. Ah, noch nicht. Ich glaub, ich hab's gelernt, aber... Ist schon lange her, ne? Nee, ich bin noch nicht so... Doch, 45, kann ich da schon Wollstoff? Nee. Nein, aber ich hab noch Leinen. Ich auch, könnt ihr dir auch welchen geben. Das hab ich auch noch, wenn du was brauchst. Lass ihn mal eben paar Leinenstoffe machen. Der heilt 120 Schaden, das ist ein Witz. Hi, Ruffy. Juhu, Ruffy, auch endlich gepackt. Nachdem er mich zugespampt hat. So, jetzt... Wäre natürlich gut, wenn Aurora... Vielen Dank fürs Aufnehmen in deinen Kreisen bei Google. Bei Google? Ich glaub, das warst du. Hm, wir haben zwei Ruffys. Dann... Eventuell vielen Dank. Eventuell vielen Dank. Ich habe keine Zeit, aber auch nicht. Langsam... Wäre natürlich toll, wenn es wiederkommen würde, ne? Ja. Ich glaub aber nicht. Ich brauche ein Ziel. Ich befürchte das fast. Da ich muss sie kacken. Der Glitzert. Ah, nee, Frauen kacken. Nein. Die dünsten das auch. Selbst Banu sagt das schon. Auch schöne Frauen müssen kacken gehen. Oh nein, Weltbild ist es zerstört. Neh mal mit. Ja, komm. Jetzt... Äh, wir können nicht mal länger warten. Ich bin zu langsam. Ich bin einfach zu langsam. Ist schon langsam. Oh Mann, jetzt muss ich so lange warten. Ja, ich bin immer noch 22. So, aber dafür bist du später um einiges schneller wie wir. Wo, wo, wo laupt der hin? Nee, gar nicht, war das. Nein, ist nur so. Nee, ist noch nicht. Müssen wir erst weitergehen? Hier lang. Hier lang. Wo ist hier? Wo war der Weg anders? Alles verwirrt. Ich glaube, der Weg war schon immer so. Nee. Doch. Doch. Die Leute haben durch die Lange gehört. Durch die Küche sind die meisten nicht. Doch. Eigentlich schon. Der Mut, der Mut, der Mut, der Mut, der Mut, der Mut. Ja. Die Küche sind die Leute abkürzen, dann gehen sie oben lang. Abkürzen? Echt, ist oben kürzer? Ja, aber dann lässt du den Boss hier aus. Und den brauchst du für die Crest. Ja, ja, Crestros. Bitte. Sterbke Ausdauer, was für ein Tank? Schon wieder. Ja. Ja, aber ich hab doch gerade eine Däute bekommen. Level up. Yeah. Ich hab das Aspekt des Gepardeln. Jetzt kann ich Schlösser knacken. Haben wir vorn die Kiste vergessen? Nein. In der Küche haben wir mitgenommen, okay. Nee, wir haben die. Gut, ähm, was machen wir jetzt mit dem Eder? Was haben wir hier? Ah, ich hab endlich was für Multi. Ich hab den Multishot. Ich, ich würd den einfach drinnen lassen. Lass Leute laufen. Ich kann jetzt Schloss knacken. Also wenn wir jetzt verschlossene Kisten haben, ich mach die Türen und die Schlösser auf. Gut, so wirst du. Gut, so. Hier ist ne Kiste und ich hab keine Versuchung. Sie sitzen. Links, links, links. Wo ist ne Kiste? Ja, nee, die hatte ich schon geloot, aber die steht bei mir immer noch da. Ja, weil noch nicht ausgerüstet ist, weil der Halter noch nicht da ist. Ich hab grad eben zwei Level auf andere gemacht. Ich hab kein Ziel. Lut? Irgendwo Lut? Da. Nö, ich glaube nicht. 83 Kupfer. Alles weg, oder nicht? Alles weg. Oh. Oh. Oh, muss man die angreifen? Maschen. Was? Ja, dich gleich zu 해주 ich. Nichts nicht so. Nichts nicht.